Hallo ihr Lieben, ich bin Patti und in der 31. Woche schwanger und ich habe heute für euch eine wunderschöne Abendroutine mitgebracht, die euch helfen soll, besser einzuschlafen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, macht es euch bequem, ihr könnt das Ganze auch vielleicht im Bett machen, ihr braucht nicht mal eine Yogamatte und dann können wir schon starten. Bis gleich! Und es geht los, wir werden jetzt gemeinsam abschalten, durchatmen und zur Ruhe kommen. Und setze dich bequem hin und dann starten wir mit leichten Nackenkreisen. Atme dabei tief ein und aus. Mit jeder Ausatmung wirst du etwas ruhiger und entspannter. Du kannst doch gerne deinen Babybauch streicheln und die Zeit zu zweit mit deinem Kleinen genießen. Und lasse deine Schulter locker und entspanne deinen Oberkörper. Nun nimm deine Hände hinter deinen Kopf. Mache einen leichten Rundrücken, ziehe dein Kinn zur Brust. Danach nimm die Arme zurück, öffne deine Brust weit und komm in ein leichtes Hohlkreuz. Und wieder nach vorn, beim Ausatmen nach hinten. Einatmen, Rundrücken. Ausatmen, ganz weit machen, ganz weit öffnen. Und nochmal. Komme nun oder bleibe im Schneidersitz und drehe deinen Oberkörper nach rechts. Deine linke Hand liegt auf deinem rechten Knie auf. Dein Rücken bleibt gerade. Tief ein- und ausatmen und den leichten Stretch genießen. Mit der nächsten Ausatmung ziehst du deinen linken Arm seitlich über deinen Kopf. Spüre die angenehme Dehnung, die in der rechten Seite entsteht und halte die Position für wenige Sekunden. Löse nun langsam die Position. Und kehre zurück in den Schneidersitz. Drehe dich auf die andere Seite. Deine rechte Hand liegt nun auf dem linken Knie. Atme tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Mit jedem weiteren Atemzug denkst du an die schönen Momente des heutigen Tages zurück. Noch ein Atemzug hier. Mit der nächsten Ausatmung ziehst du den hinteren Arm rüber zur rechten Seite. Mit der nächsten Ausatmung ziehst du den hinteren Arm rüber zur rechten Seite. Nun nimm deine Hände wieder hinter deinen Kopf. Bei der Einatmung ziehst du die Ellenbogen auseinander und leicht nach hinten. Bei der nächsten Ausatmung schließt du die Ellenbogen vor deinem Kopf. Nur der obere Rücken und dein Nacken werden dabei gerundet. Der restliche Rücken bleibt gerade. Wir wollen nur Nacken und Schultern entspannen. Denn diese tragen unbewusst sehr, sehr viel Last. Und da verdienen sie hier extra Aufmerksamkeit. Komm nun in die Child's Pose. Mache die Beine so breit, dass dein Babybauch angenehm dazwischen passt. Lasse deinen Oberkörper vorsinken und sei nicht enttäuscht, wenn die Hüfte nicht mehr die Füße berührt. Das ist gar nicht schlimm. Mache nur das, was für dich angenehm und möglich ist. Deine Arme sind weit vorgestretched. Spüre, wie sich deine Schultern und dein Rücken öffnen. Hebe langsam deine Hüfte an, sodass sie sich über deine Knie befindet. Dein linker Arm ist weiterhin vor dir ausgestreckt. Den rechten Arm fädelst du unter deinem Körper durch. Lege die Schulter ab und genieße die Dienung im Rücken und in deiner Schulter. Halte die Position noch wenige Sekunden. Fädel dann den rechten Arm unter deinem Körper hervor und strecke dich kurz. Mache die gleiche Bewegung für die andere Seite. Löse die Position langsam und setze dich dann hin. Winkle die Beine dabei an. Positioniere den rechten Fuß auf dein linkes Knie. Stabilisiere die Position mit deiner linken Hand. Die andere Hand dient zum Abstützen hinter deinem Körper. Löse die Position wieder auf und wechsel auf die andere Seite. Genieße den Stretch im hinteren Bereich des linken Oberschenkels. noch wenige Sekunden hier und dann legen wir uns auf den Rücken. und winkeln die Beine an und kommen in die Happy Baby Position. Hier machst du jetzt kreisende Bewegungen mit deiner Hüfte. Du kannst einfach ein bisschen rumspielen und gucken, was sich für dich gut anfühlt. Und dabei schön locker lassen. Nicht nur deine Hüfte, sondern auch dein Gesicht, deine Stirn, dein Kiefer. Einfach entspannen. Wechsle einmal die Richtung und dann kreise deine Hüfte andersherum. Bleibe gleich in dieser Position. Wir machen jetzt größere Kreise mit unseren Knien. Deine Hände können die Kreisbewegung führen. Und nicht vergessen einmal die Seite wechseln und die Kreisbewegung in die andere Richtung ausführen. Und jetzt strecke dich einmal ganz lang aus. Atme gleichmäßig. Dein Puls kann sich beruhigen. Und du immer mehr entspannen. Du kannst dich auch seitlich hinlegen, wenn dir das mit deinem Babybauch angenehmer ist. Deine Augen kannst du hier schon geschlossen halten und langsam in den Schlaf gleiten. Ich wünsche dir und deinem Baby eine angenehme Nacht und viel erholsamen Schlaf. Bis ganz bald. Ciao.